400 Euro pro Monat mit einer einzigen App verdienen. Herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Leon Kramer und auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden zum Thema Online-Geld verdienen. Wenn du in Zukunft auch Online-Geld verdienen möchtest und das macht auf jeden Fall Sinn, dann kannst du den Kanal gerne komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Hier gibt es nahezu jeden Tag neue Methoden zum Thema Online-Geld verdienen. Und heute gibt es mal wieder ein Update-Video zum Thema Geld verdienen mit Apps. Das haben sich einige gewünscht. Schreibt gerne auch in die Kommentare, zu welchen Themen, zu welchen Websites, zu welchen Apps mal ein Video kommen soll. Dann kann ich das Ganze auf jeden Fall einmal machen. Und ja, wie gesagt, Fragen gerne jederzeit in die Kommentare schreiben und dann geht es auch schon los. Um das Ganze besser zu zeigen, wechseln wir jetzt erstmal kurz ans Handy. So, und zwar sind wir jetzt hier auch schon bei mir in der App drin. Und ihr seht direkt, ich habe jetzt aktuell tatsächlich meinen Einnahmenrekord gebrochen. Also so viel hatte ich bisher noch nie, zumindest in einem Monat hier. Und zwar aktuell stehen wir hier wieder bei 423 Euro. Und ja, für alle, die die App bisher noch nicht kennen, den Link zur App findet ihr auch in der Videobeschreibung. Hier kann man eben durch Umfragen und durch Einladung eben Geld verdienen. Ja, wie gesagt, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt euch die komplett kostenlos downloaden. Und dann könnt ihr, wenn ihr euch die App gedownloadet habt, hier auf das kleine Rädchen unten rechts gehen. Dann unter den Einstellungen bei Geben Sie den Referenzcode ein, den Code KRVYR eingeben. Dann bekommt ihr noch ein kostenloses Bonusguthaben geschenkt und ihr würdet mich damit auch kostenlos unterstützen. So, und bevor ich euch zeige, wie man mehr Geld mit der App verdienen kann, das heißt, wie man auch zum Beispiel selbst Freunde einladen kann oder wie man durch Umfragen mehr Geld verdienen kann, nochmal ein kurzer Hinweis und zwar, wenn ihr wirklich noch mehr verdienen wollt als zum Beispiel nur 5 oder 10 Euro am Tag, sondern tatsächlich bis zu 257 Euro und 63 Cent am Tag, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch diese Seite hier und das Infovideo dazu verlinkt. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Und zwar hatte ich ja gesagt, man kann hier durch Umfragen und durch Einladungen Geld verdienen. Die Umfragen findet man hier immer unter dem Punkt, da sieht man dann auch immer, wie lange das genau dauert. Und dazu kann ich schon mal eine Sache sagen und zwar vor ungefähr 2-3 Monaten, da hatte ich so langsam das Gefühl, okay, vielleicht funktioniert die App nicht mehr so gut, weil ich habe kaum noch Umfragen bekommen. Aber ich muss jetzt sagen, ja, gerade vor einem letzten Monat kamen wirklich sehr, sehr viele Umfragen wieder rein. Und zwar war es bei mir so, ihr könnt ja mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, wenn ihr die auch habt, dass zumindest am Wochenende weniger Umfragen kamen, aber in der Woche kamen wirklich teilweise 5, 6, 7 Umfragen teilweise am Tag. Und das ist wirklich eine gute Sache, wie ich finde und ein ganz wichtiger Hinweis noch an dieser Stelle. Und zwar, da habe ich auch einige Nachrichten zu bekommen bei den Umfragen. Wenn ihr die beantwortet, dann auch wirklich wahrheitsgemäß und realistisch. Das heißt, ihr könnt nicht, wenn zum Beispiel 10 Fragen da sind, das Ganze innerhalb von einer Minute beantworten, indem ihr einfach irgendwas anklickt, weil das registriert die App. Und dann kann es auch mal sein, dass euer Account gesperrt ist. Und wenn euer Account gesperrt ist, dann wird es ganz schwer bzw. nahezu unmöglich, den Account wiederzubekommen, weil da ist Adapol wirklich sehr hart und sehr streng. Wenn jemand hier versucht, irgendwie die App zu überlisten, was auch immer, dann wird der Account sehr schnell gesperrt. Deswegen, wenn ihr eine Umfrage ausfüllt, dann wirklich auch mit genügend Zeit zwischen den einzelnen Fragen, dass ihr wirklich auch eine gewisse Zeit habt. Es muss ja auch realistisch sein. Ihr könnt ja nicht eine 10-Frage-Umfrage innerhalb von 30 Sekunden beantworten. Ihr wisst natürlich, was ich meine. Und ja, dann solltet ihr natürlich auch gucken, dass ihr Umfragen macht, die sich auch lohnen. Und ja, was ist meine realistische Einschätzung jetzt bezogen auf den letzten Monat? Mit Umfragen kann man ungefähr 2 bis 3 Euro, würde ich mal sagen, pro Tag verdienen. Das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Sache, auf jeden Fall. Und ja, was aber dann natürlich relevant wird, wie ist das denn mit der Auszahlung? Und ja, da gibt es natürlich verschiedene Optionen, zum Beispiel hier als Amazon-Geschenkgutschein, Asos, Zalando, etc. Oder eben als Paypal-Guthaben direkt aufs Konto. Und das Geld kommt wirklich auch am selben oder spätestens am nächsten Tag wirklich auch aufs Konto. Und ja, dann sieht das Ganze meistens so aus. Hier, das war zum Beispiel die letzte Auszahlung. Hier, zack, seht ihr dann, ja, 303 Euro. Die Mühe hat sich gelohnt. Und die Zahlung ist jetzt in ihrem Paypal-Konto. Das heißt, diese App zahlt auch wirklich aus. Aber das ist jetzt wahrscheinlich alles nichts Neues, wenn ihr mich schon länger verfolgt. Weil das habe ich hier, diese App hier, habe ich natürlich schon öfter mal gezeigt. Jetzt wird es wirklich nochmal spannend. Und zwar, ich habe jetzt mal, ja, tatsächlich eine sehr coole Methode für euch, wie ihr hier eben durch Einladung, ja, Geld verdienen könnt. Und zwar werde ich das jetzt einmal zeigen. So, und zwar sehen wir hier natürlich das Partnerprogramm. Das heißt, das, ja, Freunde-Einladen-Programm von Etapol. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und zwar, jedes Mal, wenn ihr hier einen Freund einladet, bekommt ihr 20 Cent und der Freund bekommt 40 Cent. Das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Sache, weil eigentlich keiner Nachteile davon hat, sondern nur Vorteile. Und wenn sich zum Beispiel dann jemand was auszahlen lässt, zum Beispiel einer lässt sich 10 Euro auszahlen, will man selbst nochmal 10 Prozent, also dann dementsprechend 1 Euro dann bekommen. Ganz wichtig, diese 1 Euro werden natürlich dem anderen nicht abgezogen. Das wird einfach nur von Etapol zur Verfügung gestellt. Und jetzt könnt ihr das Ganze so machen. Ihr könnt hier auf Freunde einladen gehen und euren Einladungslink kopieren. Und jetzt werde ich hier mal ganz exklusiv eine Methode zeigen, mit der man eben dann auch relativ schnell neue Leute einladen kann. Und zwar kann man das Ganze einfach über Instagram machen. Das heißt, ich gebe mal kurz ein Beispiel. Man geht in die Story, macht zum Beispiel ein Screenshot von der App hier oder von den Auszahlungen oder was auch immer. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt mal. So, das heißt, wir sind jetzt hier auch schon in der Instagram Story. Und jetzt könnt ihr hier das Ganze noch verschieben, wie ihr wollt. Und ja, jetzt könnt ihr zum Beispiel hinschreiben, gratis App zum Geld verdienen. Und ja, dann könnt ihr zum Beispiel hier dann direkt, indem ihr hier rauf geht, hier den Link einfügen. Zum Beispiel hier dann einfach euren Einladungslink. Den findet ihr hier. Etapol Einladungslink. Und ja, dann das Ganze nochmal hier anpassen. Fertig. Zack. Und dann könnt ihr hier das Ganze reinposten. Und könnt ihr noch zum Beispiel sowas rausschreiben, wie Klick hier. Und dann können dann wirklich die Leute da rauf gehen und sich direkt bei Etapol anmelden. Und ihr bekommt für jede Anmeldung 20 Cent. Und von jeder Auszahlung nochmal 10 Cent. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Einnahmequelle. Und ihr müsst mal überlegen, stellt euch mal vor, es laden sich hier 10 Leute die App runter. Beziehungsweise 100 Leute. 10 Leute ist vielleicht ein bisschen wenig für den Anfang. 100 Leute, dann hättet ihr erstmal 20 Cent mal 100. Sind immerhin 20 Euro. Auch schon mal gut. Aber dann, wenn ihr zum Beispiel dann 100 Leute habt, die sich jeweils, ja, jeder zum Beispiel 10 Euro auszahlen lassen. Dann hättet ihr auch schon wieder eben 10 mal, beziehungsweise 100 mal 1 Euro. Hättet ihr auch schon wieder 100 Euro verdient. Und alles nur dadurch, dass ich hier euren Einladungslink eben geteilt habe. Zum Beispiel hier auf Instagram. Und ja, das ist eben eine sehr, sehr schöne Methode. Ja, das war jetzt nur ein Tipp von vielen, die ich noch habe zu dieser App. Wenn ich da nochmal ein ausführliches Video machen soll, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch deutlich mehr mit Apps verdienen wollt, also übrigens auch mit Apps, die jeder schon auf seinem Handy hat und die auch komplett kostenlos sind, dann schaut, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch das Video hier nochmal anschauen. Ist auch nicht allzu lange. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg beim Geldverdienen mit Apps. Und natürlich auch ganz viel Spaß. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Schickt das Ganze auch gerne an eure Freunde, die auch mit Apps Geld verdienen wollen. Und ja, dann bleibt auf jeden Fall gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.